Also ich halte grundsätzlich nichts von Verboten und es rechnet jetzt gegen Jugendliche. Da sollte man auf das Verantwortungsbewusstsein und auch den Umgang mit Alkohol aufklärend wirken, aber von einem Verbot halte ich nichts. Ja, ne, bin ich dagegen, weil ich die Erfahrung habe, bei meinen Kindern war das so, Alkoholverbot bringt nicht wirklich was, dann wird das verlagert nach außen und in der Schule gibt es da eher noch Kontrollmechanismen wie auswärts. Ja, Schule finde ich geht nicht. Sollte man nicht. Kein Alkohol. Kein Fall. Ja, eine Grundschule ist okay. Grundschule wäre super, aber kriege ich nicht Kredite da durch an den Grundschulen. An Grundschulen Alkoholverbot, an Hauptschulen auch. Aber ich sag mal, weiterführenden Schulen, wenn dort ältere Jugendliche sind, sollten die das schon für sich selber entscheiden dürfen. Also wer Bier trinken will, der trinkt Bier. Da braucht man nicht viel verbieten.